das ist aufgehangen ja wir sind richtig ja ich gehe gleich entdeckung der beste jahr genau so links oder ich glaube eine fragen wir haben sich teleportiert gerade die pink ist ich weiß nicht wie aber sie haben das eine maschinenwärtyp hat sich ja okay glaube ich durch das den teleportpunkt der teleportiert mein letzter schrubblitten schuss okay ich habe noch die plasma gar nicht roter war das ein unsichtbarer ich passe auf dass ich dich nicht trifft das war ziemlich schwierig aufzupassen ich muss sagen wo ach da roll das abblech schmitz katz ja was hat es dir also das war einfach nur ein raum mit ihm ist im katar nicht ich mach dir nicht zu fett hier was auch drauf ich habe gerade mit meinem blutigen zähnen gelöschert okay ich habe mich schön ich habe ein pink gehabt mit meiner doppeläufigen schrubblit erledigt ich auch sehr bevor und haben alle gekillt 95 prozent keine secrets ja ich bin einmal gestorben ich auch das war ja doch eigentlich schon dein tod ist schlimmer als meiner anscheinend ich will zum normalen schrubb genau zum normalen schrubb hinterwechseln vorerst so einfach so aus spaß gibt mir keine befehle aus dem richtigen mit mir selber was sagst du jetzt nix ich muss sagen bei dumm 1 immer nur nicht so früh gestorben oder kann es sein vor allem nicht das ist ich habe in meinem massiven körper die attacke auf mich aufbrennen lassen ja ja ich halte nach vor sich gestellt dafür kassiere ich die gesamte heilung hier ein mit mir doch wurscht er ist eigentlich nur schild gewesen aber trotzdem hinter dir muss ich dich schon wieder retten das war knapp so da ist aber heilung brauche ich zehn prozent die neue in mehr als fünf da gehe ich mal vor oder genau bin ich praktisch dein Schutzschild grad ziemlich dunkel hier ja woran ist mir das wohl aufgefallen in der Dunkelheit wahrscheinlich war hin was nun schon wieder ja ich bin gestorben oh no jetzt habe ich gerade doppelte Schlüssel in dem Meer ist doch wahr hey du gehst zu eben wieder sei kein Möschen hier weiß gar nicht wo du wo du grad im Moment bist ich habe gerade noch mal den Raketenwerfer aufgenommen und wenigstens eine Waffennummer so haben ok dann ich habe eine rote keycard eine rote ja oh dann kann geht es hier rein wo wo ich vorstelle ah ok warte ich hab's gesehen du hast anscheinend ein Knöpfel übersehen aber ich weiß nicht was das jetzt gebracht hat ach so dasselbe ach es hat Licht wow Maschinentypies warte ich bin auf dem Weg Maschinentypies sind mein Spezialgebiet teleportierende Maschinentypies ok run for your life warte ich bin schon da ich bin schon da bin schon da keine Angst alle tot ich hoffe tschüss ich habe nur noch 13% da ist Energie ok ich glaube du brauchst du nicht mehr oder ne ich denke mal kurz ah aber praktisch ist wenn man tot war war dann tut man anscheinend außer es sind beide tot gewesen trotzdem die keycards behalten dann find ich gut ah stimmt bei Doom 2 auf Xbox Live war es ja anders äh durch welchen Teleport bist du gegangen? den unter dir ok zuerst ich seh den Exit vor mir als mal drauf du gehst hinter dir ja ja da gehst du ich dadurch ok und schon bist du hier schön schön dann drück ich mal ja das geht ja eigentlich recht gut auf jeden Fall klappt läuft 90% ist in Ordnung was ist der Waste Tunnels nein ich gehe lieber woanders hin dass du mich nicht treffen kannst ja aber bei Doom 2 Chips echt viel schneller oder kommen einfach nur mehr Gegner sag mal du hast die ganzen Spaß da und dann gehe ich halt durch die oh 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 Spaß ja oh shit ich glaub so kann man das im perverse Sinne auch nennen ja ich hab auch hier meinen Spaß mit Ims und das ja den hatte ich und schaut so aus wie Disco-Lichter so ähnlich ja den hatte ich auch den Spaß mit den Ims haben sie Spaß mit den Ims buchen sie Doom 2 ähm wir sind getrapped pass gut auf so ich glaube da sind überall Ims drin ich nehme glaube ich die doppelläufige kurz ich glaube das ist ja Unverwundbarkeit irgendwas hat sich geöffnet ah rechts lang ich glaube aber durch dich kann ich schon noch Schaden nehmen will ich nur mal so anmerken soll ich ausprobieren nein nein ja okay aber mit der normalen Waffe leicht ok nein nein ich nehme Schaden kann das sein weil ich nicht mehr unverwundbar bin nein oh nein oh doch und du bist unsichtbar woran hast du gemerkt an meinem unsichtbaren Aussehen ja nein stirb stirb irgendwann greift mich from behind an oh ich bin schon weg ich bin schon weg also ich bin nicht schuld nein 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 so und das ist ein bisschen mehr Herausforderung als wie man einfach nur auf leicht gespielt hätten weil ich weiß dass wir irgendwie langweilig einfach nur durchgerann ja naja ich sag mal ist hier unten sonst sowas ok nach unten müssen wir nochmal wegen der keycard die wir ja nicht haben aber irgendwann noch holen äh jetzt pass mal auf na auf mir ist auch aufgefallen ich sag echt ziemlich oft pass mal auf pass mal auf ja ja ich sag mal pass mal auf ich sag echt schon oft pass auf naja ah ich hab sie du hast sie oh lost souls so früh schon ja ok aber im 1er kam sie relativ spät boah von allen Seiten neben dem Aschen zu werden so aus wie die Hardcore-Pistole jawoll ich habe eine blaue Vorsicht ich hab dich gerade nur gesehen dass es mir jetzt scheiß Vorsicht ah ich hab auch die blaue Türkssinn h boah das war gerade knapp sollten wir friendly fire doch ausstellen ne naja wo bleibt denn da der Spaß da ist da ist oh naja ok aber der ist schnell weg der schnell weg der schnell weg 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 also ich bin nicht du ich finde ich schade dass die im dritten Teil so anders ausschauen naja also ich bin halbtot was soll ich sagen 33% so ich sag mal mach mach mal Platz das gehen wir mal nach hause und machen mal Platz genau ich geh jetzt nach hause na jetzt war immer weniger aber was stand da? The Crusher The Crusher ja ha da wollte ich from behind töten ha da wollte ich from behind töten holy shit nur noch 20% grad also durch spriten sollte ich jetzt ähm sollte ich jetzt nicht mehr durch die levels wenn ich nicht mehr wenn ich so weiden will wenn ich so weiden will wenn ich so weiden machen wird genau na na sind so wie viele hellneights sind es? you've got to be kidding me na hab ich noch grad gesagt ähm ich glaub bei mir steht bei mir steht dass du das spiel verlassen hast wir haben glaube ich gerade ein technisches Problem naja müssen wir ja mal kurz die Session kurz mal neu starten genau bin ich grad gestorben gut aber dann sieht man sich gleich wieder ja so und da sind wir auch schon wieder naja es geht weiter mit The Crusher dem Level wo wir ja voneinander getrennt wurden ja nach dem kleinen technischen Problem hoffe ich dass wir das jetzt so schnell nicht mehr haben na ich will aufpassen auf na nein bist du gestorben hm ich bin schon gestorben aber da war auch ganz blöd der stand vor mir und ich hab irgendwie nicht erwischt ja wo schon hab ich nicht soll der was sagen hm ich will da nicht runter hm da gibt aber keine Ahnung einen Ausweg wir müssen da runter ja bei den Haufen ah noch acht Prozent nein ha ha die sind alle grad gestorben ich hab sie gecrushed gecrushed das ist er ja aber wirklich wortwörtlich also da soll es echt aufpassen wo kommt das wieder runter ne ich glaub nicht oh 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 ähm wo lang eigentlich das ist ne gute Frage Maschinentypi bin ich grad gestorben dadurch also durch ihn das ist ein Maschinentypi yes hast du ihn getötet ja sehr schön ich hab seine Maschinen äh seinen Maschinengang dafür bekommen und dafür bin ich jetzt nein ich will nicht gern so ähm okay aber wenn ich da lang gehe das bringt man nix ähm wie bist du da hinkommen? Sprinten das reicht oh ja Tatsache das sind komisch hier unten äh ne ok irgendeiner hat sich teleportiert ach so ja ok 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 ok